Wenn Roman da auch mit dem Kettlebells anrückt, dann müssen wir natürlich fit sein, oder? Genau. Leg mal los, Roman. Ist das Zufall, dass die Kleine bei mir steht? Also der mit dem größten Bizeps kriegt die kleinste Kettlebell. Das bin ich. Ich muss dir vorzeigen. Lito, du bekommst sie ganz leicht in die Knie, Rücken bleibt gerade. Wartet auf mich, bitte. Jawohl, sehr gut. Beim Rudern. Aber schau, wie schön synchron. Ja, genau. Synchronschwimmen. Normalerweise hat man auch Musik im Hintergrund. Ich könnte ein bisschen Beatboxen. Ich bin ein bisschen peinlich, oder? Solito? Nein, nein, das lassen wir gescheiter. Jeder hat andere Talente. So circa 10, 15 Wiederholungen. Da bin ich schon drüber. Die nächste. Und zwar, wir gehen jetzt in eine Oberkörpervorneige. Wir ziehen einmal rechts hoch, senken ab. Ziehen links hoch, senken ab. Beide Beine gestreckt, Hüfte nach vorne. Was? Übungskombination. Schaut her. Rechts hoch ziehen, absenken. Links hoch ziehen, absenken. Beide fassen. Und jetzt, Gesäß nach vorne, ist nicht nur eine tolle Übung für die Rückenmuskulatur, sondern auch fürs Popschal. Jawohl. Sehr gut. Und noch einmal. Hoch. Und hoch. Und hoch. Runter. Springen. Hoch ziehen. Lito fährt sein eigenes Programm. Du warst noch nie in einer Aerobikstunde. Du warst noch nie in einer Kruppdrehung. Und das ist nicht mehr Rhythmus. Eins, zwei. Eins, zwei. Aber ich zeige euch jetzt einmal eine Übung, wo ihr gemeinsam arbeiten müsst. Sieht durch. Oh, Lito. Sixpack. Das brennt. Ja, es brennt, oder? Dann ist gut, wenn es brennt. Dann ist gut. Es ist sehr gut. So, und eine Steigerungsstufe haben wir jetzt. Das gefällt mir. Das ist voll lustig. Ich habe von gesagt. Schau. Das schaffst du nie. Das sind zwei absolute Tiere. Sprich einmal was. Lito, irgendwas. Geht nicht. Geht nicht. Ein und aus. Du bist ein wilder Hund. Vor dir will man sich nicht blamieren. Es gibt keinen Sieger in dem Fall. Aber eine Siegerin der Herzen. Die Papstischerin. Die lacht da nicht. Also, wie wenn überhaupt nichts wäre. Aber das ist voll lustig, dieses Gemeinschaftstraining. Absolut. Oder Lito mag du was sagen. Schön was. Dort ist die Kamera nicht. Ich glaube, ich mache weiter. Wir schauen jetzt nämlich zum Forsthaus Rampensau. Ja, da ist das große Finale. Drama pur. Noch irgendein Kommentar dazu? Ja, er ist die größte Rampensau. Aber so meinst du das. Aber nicht im Forsthaus.